Für Maschinengewehr, Magazinvergrößerung. Machen wir. Ja, wir können es haben. Was haben wir noch? Weniger Rückstoß. Schnell das Nachladen. Verringert den Rückschuss des Karabiners um 60%. Geil. Wir haben so viel jetzt gespart. Das nehmen wir mit. Maschinengewehr, Schaden 25%. Machen wir auch. Wenn wir schon einmal dabei sind. So, sonst irgendwie. Karabiner war sonst nichts gewesen. Ja, oder? Schau gerade mal. Nee, okay. Dann haben wir das soweit. Oh, geil. Ja, die sind ausgeschaltet. Die würden eh keine Kohle bringen. So, kommen wir hier irgendwie weiter? Nee, ne? Äh, hallo? Okay, hier ist eine Alpha-Wand. Hier komme ich... Äh. Nee, hier komme ich gar nicht weiter. Okay. Oh, hinter ist noch was. Ah, guck mal einer an. So, Strafe muss sein. 30%-ige Chance, Nahkampfziele zu beherrschen. Beherrschen, Ziele sind Verbündete für ein paar Sekunden. Hm, du bist kurzzeitig unverbundbar, wenn du deine Gesundheit durch Snacks und Gesundheitskits erlangst. Ich nehme nur mal den neuen Hut. Und hier ist eh zu... Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich rüsse mal eine Karabine aus. Damit war ich irgendwie zielsicher, habe ich das Gefühl. Oh, was war da? Was ist das denn schön? Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, what the fuck? Oh, was ist das denn? Was war das? Feindliche Gegner vorzuspielen oder halte und packe sie und lasse los. Aha. Um sie hervorzuziehen. Drücke L2 um nahe Gegner von dir wegzuschleudern. Halte und lasse L2 los, um Gegner zu greifen und die in der Nähe zu zerren. Gegner in der Luft erleiden größeren Schaden. Ach, krass. Wie geil. Voll so, so Bioshock 1 mäßig mit unter Wasser. Also, Krake. Was? Was denn? Ist doch nur eine Uhr. Darf ich mich erst umsehen? Elisabeth, danke. Das ist nett. Das sieht ein Arena-Kampf aus. Nein! Aufhören! Nein! 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 Ich glaube, wir müssen kämpfen. Oh, what the fuck? Alter, aua! Lass das! Alter, muss ich verarschen? Hallo, mein Freund. Na, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Danke. Das ist leer, das Schiff, sehr schön. Ich würde sagen, wir machen es kurz und schmerzhaft. Für dich. Boah, das mit der Big Monster-Krake, Alter. Das mit dem... Alter, da will ich nicht... Das mit der Krake ist ja voll geil. Wo ist der denn? Was ist der Transformator? Ach, da! Ach, da oben! Huch! Ja, dann machen wir das auch mal so. Jungs, ich komme! Jungs, ich komme! Ich komme! Aber, schau auf damit, Alter! Ciao! Ich tue es, ich töte dich! Später vielleicht. Jetzt nicht. Ich wollte gar nicht ranzoomen. Hier muss mal irgendwo ein... Ciao, Jungs! Fuck, 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 fuck. Wow. Ich wollte... Eigentlich wollte ich... Eigentlich wollte ich hier oben bleiben. Das ist, glaube ich, ein... Ist das... Nein, das ist ein Handyman. Danke! Ich tue es mal eben, Alter. Wow, hört auf damit! Oh, fuck. Ich tue es mal eben. Wow, Alter. Boah, ist das gefährlich. Uh, ich bin fast tot. Alter! What the fuck? Ist ja gut, Mädels. Nein, ich würde gerne den nehmen. Äh, hallo? Ich könnte ein bisschen Muni gebrauchen, in dieser Bett. Das wäre ganz... Ganz cool. Ich bin gerade etwas unter Stress. Salz ist super. Oh, Munizio... Äh, Gesundheit. Wo sind die denn? Ah, da. Okay, ich komme. Warte. Warte, warte, warte. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Boah, was für den Spaß das macht! Das war's für dich, Kumpel. Was ist das hier? War es das jetzt? Ich würde gerne in diesen Turm rein, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß noch nicht, wie man da reinkommt. Das ist das große Problem. Weil ich würde doch schon gerne... Nein. Ich würde doch schon gerne... ... mir das Fläschchen da holen. So. Boah, die Krake ist voll geil mit dem Wasser. Das ist ja mega. Nein. Oh. Jetzt habe ich aus Versehen zu schnell wieder vier gedrückt. Wie kommen wir denn hier rein, bitte? Nein, nein! Sie bringt das Kind um. Buka, wir müssen etwas tun. Wir müssen handeln. Wir müssen da rein. Ja. Aber wie? Buka, wir müssen etwas tun. Hint mich hoch. Wo denn? Lüpfung? Ach, hier. Erinnert gerade ein bisschen an Bioshock. Los! Das ist es. Das ist deine Bewegung, Daisy. Es muss sein. Wisst ihr, die Gründer sind wie Unkraut. Schneidet man es ab, wächst es einfach wieder nach. Wenn man Unkraut loswerden will, muss man es mit der Wurzel ausreißen. Nur so ist man... Äh, dir die Schere im Arm stecken? Was? Ach so, warte mal. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Moment, hier war irgendwo... Hier, genau. So, wir nehmen Schildkapazität natürlich. Genau. Noch ein größeres Schild. Ich glaube, beim nächsten Mal nehme ich nochmal Schild oder so. Bin mir noch nicht ganz sicher. Hä? Wie? Die kriegen die Kleine nicht. Egal, wer sie sind. Vielleicht habe ich richtig gehandelt, was dich und die Vox betrifft, aber letztendlich macht das nichts besser. Anna, es tut mir leid. Anna, es tut mir leid, aber wenn das eine Memo an uns selbst ist, oder beziehungsweise generell so eine Memo hier, dann heißt das, wir waren schon mal hier? Können wir uns da nicht erinnern? Oder in einer anderen Zeitepoche? Ich blicke es gerade nicht durch. Ich, äh... Oh Gott. Bist du... Eine Taschenlampe? Okay. Die Tür leuchtet so ominös. Elisabeth. Elisabeth! Ich klopfe nochmal. Ach, geht gar nicht. Okay, man kann nur zweimal klopfen. Solange sie uns die Dings jetzt nicht in den Rücken sticht, die Schiere. Würde ich sagen, geht's los. Äh! Was? Sieht so anders aus. Hör zu. Wie machst du das? Wie mache ich was? Vergessen. Wie wirst du all das wieder los, was du getan hast? Gar nicht. Man lernt eben, damit zu leben. Also, der Moment der Wahrheit. New York oder Paris? Oh, oh. Nein, 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 nein! Scheiße. Los, wir müssen zusehen, dass das Ding irgendwie schneller wird. Ich glaub, Songbird kommt. Gashebel oder Beschleuniger geben. Weißt du, wie das Ding aussieht? Keine Ahnung. Hilf mir suchen. Oh. What the fuck? Der Vogel und Elisabeth haben eine Art Verbindung zueinander. Wenn ich ihn töten könnte, würde das... Würde sie das zulassen? Der hat sich die Haare abgeschnitten. Oh Mann, die sieht so unschuldig aus jetzt. Oh Gott. Uh, was war das denn? Das ist es nicht. Doch, bestimmt. Nein, doch. Nein, doch. Versuch's noch mal. Wichtig sehr. Die schon wieder. Wissen Sie stoppen? Nein, das ist das Ding. Nein, das ist das Bestimmt. Nein, ist es nicht. Doch. Nein, doch. Nein, doch. Noch einmal. Nein, versuchst du. Gut. Aufhören! Nein, das ist es nicht. Hört auf! Ihr wisst nicht, was ihr tut! Na also. Jetzt haben wir's geschafft. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Die Noten waren korrekt. Das Instrument aber nicht. Beides muss stimmen, damit er reagiert. Aber wenn man es ihm vorsingen kann... Bringt er einen hin, wo man hin muss. Was? Wer seid ihr? Wir sind da, wo wir gebraucht werden. Und werden gebraucht, wo wir sind. Comstock benutzt also diese Songs. Gibt es noch weitere? Einen, der uns Songbird vom Hals hält? Vielleicht sollten Sie den Maestro selbst fragen. Und wo ist er? Natürlich. Alter, die sind so krummig. Ja. Aber weg damit. So. Aber trotzdem möchte ich mich nochmal hier kurz umgucken. Na. Da sind wir ja weit mitgekommen. Ja, dass er natürlich den Palast da oben hat, den Palazzo. Da hab ich mir schon irgendwie gedacht. Kann ich hier irgendwie? Gibt's hier nicht irgendwie was zum Sammeln? Das ist doch nur... Okay. Naja. Wie gesagt, sehr weit sind wir ja nicht gekommen. Mit uns. Hallo? Ich bin zu dick. Ich komm hier nicht durch. Äh, hallo? Ich glaub, Elisabeth stand im Weg. Oh, oh. Die Armen. Beklau' die erstmal. Ich fühl mich gerade so ein bisschen unwohl, die Leute zu beklauen. Klar, die versuchen natürlich zu flüchten. Ja, ich wär auch traurig, wenn ich nichts im Korb hätte. Eine Flasche Vino. Und Sardinen essen. Moment, kleinen Moment. Musst du kurz mal husten. So. Ich hab mir ja die Nase. Unglaublich. So. Die Nase. Die Nase. Und Munition kriegen wir ja en masse. Das ist schon mal sehr gut. Es fehlt aber irgendwie Munition für, ähm... Ja. Unser Automatik... Äh, unser Maschinengewehr. Das ist aber ne Bude. Was heißt, wir sind jetzt auf dem Weg zu Comstock. Die Frage... Oh, cool. Danke. Die Frage ist doch, werden wir jetzt nicht um Comstock gehen, um dann Comstock zu erledigen? Oder... Das sieht aus wie Kämpfen. Ich hab nichts getan. Was hast du da, Geldsack, hä? Ne, da, ne. Was ist das? Nein, was mach ich denn? Ach, Mist. Ich wollte eigentlich den Automaten hacken, aber gut. Ach, jetzt sind die Boxen natürlich gegen uns, ne? Nein, natürlich, ist klar. Ach, da ist da jemand. Warte. Die nehmen wir noch mit. Die sollen uns ja nicht in den Rücken fallen, ne? Hey, danke. Da ist da jemand. Okay. Dann machen wir das anders. Hier für euch, Jungs. Mädels. Ach, der will damit sein. Hup, alter. Oh, oh, ich bin gleich tot. Wenn's so weitergehen, bin ich gleich tot. Danke. 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 Hat der gerade gesagt, der steckt mir ein Messer rein? Alter, lern mal beten, Kumpel. Hat der der Mama nicht beten beigemacht? Meine Güte. Nee, war es auch nicht. Was ist denn das hier? Okay. Ähm, ja, ich hab nicht mal viel Munition, ich weiß. Repetitier. Ich probier mal das Repetitier aus. Komm, wir probieren das mal aus. Weil es liegt ja hier auch an Mass rum. Ja, wahrscheinlich hier jede Menge. Obwohl, wir haben jetzt Maschinengewehr so verbessert, ne? Was ist denn das? Ich nenne das alles mal mit, was wir haben. Watt, huch. Was wir haben, haben wir? Was denn? Was denn? Der wollte das alles. Und du? Elisabeth. Oh, wie hübsch sie jetzt aussieht, ne? Ist ja der Wahnsinn. So. Medizinkits, das ist gut. Das können wir gut gebrauchen gerade mal eben. Weil ich hatte nämlich kaum noch Munition gehabt. Ich probier das Repetitiergewehr mal aus. Maschinengewehr können wir immer noch wechseln dann. Wenn wir eins wiederfinden sollten. So, ich würd sagen. Dann gehen wir mal. Hier rein. Willst du dir das mal ansehen? Das dürfte schnell gehen. Was ist das mit diesem Song, der den Vogel ruft? Das war immer so. Als kleines Mädchen habe ich ihn immer gern gehört. Gern gehört? Ich hatte ja nur ihn. Er fütterte mich. Brachte mir Bücher. Er war... mein Freund. Freund? Bis ich größer wurde. Dann hasste ich ihn. Weil er mein Wärter war. Aber er ist nur Comstocks geschöpft. Genau wie ich. Bitte sehr. Genau wie alles andere hier. Ja. Ja.